Was ist des Lebens wahres Süßes? Es ist Musik, Liebe und Gemüse. Rosmarin ist Lebensfreude, Thymian hilft und macht dir Mut. Sei bei dir der Fröhlichkeit, auch Petersilie, das tut gut. Hinwehen sollen, Glück verheißen, Hafer, Böde, Dopamin, das ist das Anti-Stress-Hormon. Entspannt, gesund, da wollen wir den Apfel, Birne, Chicorée, rote, pete, grüner Tee, Süßkartoffeln, Felsalat, hab ich immer gleich parat. Flühen, Zahn und Brunnen, Kresse, schmeckt nicht nur, hilft auch Wildblässe, denn du musst raus und sammeln, in die frische Luft wird dir gut stehen. Bierlauch, Schnee gibt's dort auch, manchmal sogar Wildenlauch, bunt und frisch aus der Natur, ist nicht nur gut für die Figur. Mathe, Milch und Brokkoli, die fehlen im Wochenplan fast nie. Ich könnt jetzt endlos weitermachen mit leckeren, gesunden Sachen. Ist du darf der Seele gut, denn so manche bunte Sud, er holt die Lebensgeister raus, dein Körper lebt in Saus und Braus. Wenn die Hormone sich strahladen, an all den Stopfen und den Garten, dein Körper kriegt nur beste Waren, das ist auch gut für Haut und Haaren, sorg selbst für dein Körperglück. Schau voran und nicht zurück, gib deinem Motor bestens Sprit, er gibt's dir tausendfach zurück. Jedoch zum Schluss gilt's zu bemerken, dass Ausnahmen ganz wichtig sind. Und wenn der Käsekuchen ruft, wird mein gesundes Auge bläht. Lecker!